So, hallo, wir machen weiter. Oh, ja, das hat er mir, glaube ich, schon erzählt, ne? Ja, das hat er mir schon erzählt. Okay, wir müssen nach unten. Oh, ja, hier längs, oder? Bin ich richtig? Ja, genau, darunter müssen wir nämlich. Und da haben wir ja schon mal so ein Dings gefunden, so ein, weißt du schon, so ein Rad und so weiter und so Geheimniskram, aber konnten noch nicht so viel damit anfangen. Und jetzt mit der Tafel kann ich hier wahrscheinlich viel damit anfangen. Und vielleicht sind dann da unten die ganzen restlichen Gorlek-Erze, das würde Sinn ergeben. Weil das ist so eine richtige Mine, ne? Dass da dann noch alle Gorlek-Erze sind, das würde total viel Sinn ergeben. Ich würde es feiern. Guck mal, das kann man irgendwie kaputt machen. Guck mal, das kann man irgendwie kaputt machen. Oh, ich bin doch nicht mal ganz richtig. Ich muss da irgendwie hinkommen. Ich dachte jetzt, mit der Tafel komme ich hier vielleicht weiter. Die Tafel kann man bestimmt hier irgendwo einsetzen, aber wo? Hier ist ja auch nur dieses Ding. Ah, Mist. Nee, das bringt alles nix. Oh, warte mal. Nee, das ist aber nur... Das geht nur von der anderen Seite eigentlich kaputt, ne? Offiziell. Aber vielleicht kann ich es mit dem Feuer, aber ich glaube jetzt nicht. Nee. Nee, da tut sich gar nix. Aber ich habe ja auch keine Tafel zum Einzel... Aua. Mist. Ich hätte schwören können, dass ich hier was tun kann jetzt. Ah, wenn ich wüsste, ob ich hier richtig bin und nur mich gerade falsch anstelle. Konnte man die Dinger nicht irgendwie zum Drehen bekommen? Ich glaube so nicht, ne? Aber hier ist auch nur dieses Ding gewesen. Ah, nee. Ich glaube, ich kann hier im West. Mist, ich bin mir unsicher. Ja. 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 Das geht auch nicht auf. Scheiße. Ah, Mist. Ich weiß nicht, wie ich hier reinkomme. Okay, also jetzt gucken wir mal auf die Karte. Dieses Ding sagt Gerücht. Lupo schwört Stein und Bein, dass in den Tiefen der Windruinen der legendäre Kartenstein versteckt liegt. Ja. Und hier ist sogar noch so eine Energiezelle. Also da müssen wir auf jeden Fall irgendwie reinkommen. Ich dachte, dass hier der Eingang ist, aber vielleicht ist hier auch nur der Ausgang. Dann ist aber die Frage, wo ist der Eingang dazu? Oder muss ich wirklich, ist hier oben der Eingang am Ende? Aber ich dachte, das ist eher so das Finale. Und ich meine, es kann natürlich sein. Es kann natürlich sein, dass das am Ende wirklich hier runter auch führt. Ne? So denkbar wär's. Weiß es nicht. Ah, Mist. Ich hätte schon... Ich war echt überzeugt, dass ich hier was finde. Ja, vielleicht ist ja hier drüben auch noch was. Aber hier komm ich auch nicht weg. Ne, also da, hier komm ich auch nicht weiter. Gehen wir mal weiter rüber. Schauen wir mal kurz den Boden so ab, ob wir da noch was finden. Kann ja sein. Ja, das war nix. Jetzt starte ich hier wieder auch interessant. Wir sind, also hier bin ich, glaube ich, schon viel zu weit oben. Und hier ist auch nix spezielles. Den Schalter, da haben wir schon umgelegt. Der Schalter sagt halt irgendwie gar nichts. Der ist einfach so da. Aber hier ist auch nix nah. Ne. Wozu ist diese Lücke eigentlich da, dass man hier rein kann? Das hat überhaupt keine Bedeutung. Im Endeffekt hat es gar keine Bedeutung. Hoppala. Ziel, finde den alten Kartenstein. Ja, der hat ja gesagt, der soll hier sein. Also, ah, weiß jetzt nicht, ob ich da noch irgendwas erreichen. Wir können mal hier noch runtergehen und gucken, ob wir da, aber das ist halt von hier rüber, so ein Eingang dahin, das ist auch schon wieder komisch, ne? Ist ja irgendwie schon wieder ganz merkwürdig hier alles. Aber hier geht's ja auch nicht. Also hier geht's ja auch überhaupt eh nicht längs. Dass ich den Topf hier irgendwie, aber ich glaube, das ist auch nur Fake. Ich glaube, das hat auch keine Bedeutung, dass ich da mit dem Topf irgendwas machen kann. Ah, da kann ich nix machen. Ich glaube, das bilde ich mir gerade nur ein, dass das was bringt, denn hier zum Schwingen zu bringen. Nee. Nee. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Oh, toll. Aber hier ist ja auch nix weiter. Nee. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll, muss ich leider gestehen. Na gut. Dann jetzt folgendes. Wir quatschen nochmal mit dem. Einfach, weil wir es können. Vielleicht hat er einen neuen Hinweis oder so. Glaubst zwar irgendwie nicht, aber mal gucken. Das interessiert mich schon. Ob wir da irgendwas erreichen. Warte, habe ich nicht sogar einen neuen Samen, den ich abgeben kann? Hatte ich nicht irgendwie einen neuen Samen? Kollege? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Nein. Der fehlt noch. Okay. Ein Samen fehlt noch. Du bist der Angelkunde. Nee, du hast hier nix zu sagen. Er wird wahrscheinlich mir nur jetzt die Weite verkaufen wollen. Auch wenn das nicht mein Lieblingsforscher... Ach so. Das ist das letzte Stück, das wir brauchten. Diese Karte sieht fantastisch aus. Ach, ich habe alles aufgedeckt. Das hat ihm jetzt genügt. Das hat ihm jetzt genügt. Ja, moin. Jetzt werde ich mich nie verirren. Nicht, dass ich jemals dorthin gehen werde. Als mein Kartografie-Lehrling erhältst du nur einen Rabatt auf alle Karten. Ach, lol. Ja, toll. Aber auf das hier nicht mehr. Darauf geht der Rabatt nicht mehr. Toll. Okay, habe ich, glaube ich, 1000 sowieso für die Quest. Ah, es ist tatsächlich immer wieder wichtig, die öfter anzuquatschen, die Kollegen. Hast du jetzt noch was Neues zu sagen? Ja? Ja, aber er... Er gibt mir auch keine Hinweise mehr jetzt zu diesem Kartenstein. Na, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als drauf zu hoffen, dass das von oben runterkommt irgendwie, der Weg. Na? Mehr Optionen habe ich ja nicht. Aber ich habe halt gehofft, dass da dann auch noch Gorlik-Dinger sind vielleicht. Oh, vielleicht weiß der Gorlik-Typ selber was. Warte mal. Warte mal. Vielleicht hast du ja noch eine Idee. Hast du eine Idee? Frühling und den Schneebergen, kleiner Geist. Gorlik-Erz. Ja, das ist leider nicht, was ich vorher gebraucht habe. Ne, okay. Kommt immer der gleiche Text. Ja, moin. Schade. Mir fehlen neun Gorlik-Erz. Die müssen irgendwo auftauchen noch. Okay, was sagt die Karte? Haben wir irgendwelche Energiezellen noch ausgelassen irgendwo? In der Wand oder so? Keine Ahnung. Ich meine, wir haben hier nur 78%. Gut, ein Teil davon ist dieses Rennen. Aber das ist auch nicht so viel. Okay, und hier... Wir brauchen gar nicht die 100%. Wir brauchen nur die 100% Karte. Das war der Teil hier oben, der gefehlt hat. Ich verstehe. Ja, ist in Ordnung. Ja, gut. Wenn ich hier aktuell nicht weiter kann. Ich weiß halt leider nicht, was ich hier tun müsste, um da hinzukommen. Leider. Aber ich werde jetzt hier auch nicht auf Verdacht irgendwas rumsuchen. Dann haben wir aber eigentlich gerade nichts Neues zu tun, richtig? Weil ich denke nicht, dass mit den Karten hier irgendwie... Nee. Oh, guck mal. Hier ist noch eine Energiezelle. Die können wir uns noch holen. Sonst noch irgendwo eine Energiezelle? Die ich ausgelassen habe. Oha. Hier ist noch was. Okay. Da müssen wir noch... Okay. Wir holen uns gerade mal die Energiezellen. Scheinbar gibt es da doch noch ein paar zu holen. Die Frage ist nur, wie fangen wir an? Und wo geht es... Ist hier noch irgendwo... Da ist auch noch da oben eine. Oha. Hä, aber warte, das ist so ausgegraut. War ich da nicht schon mal? Ich hätte schwören können, dass ich da schon mal war. Hat es das aus irgendeinem Grund nicht gespeichert, oder was? Weird. Okay, aber hier ist nichts mehr. Okay. Dann versuchen wir es doch als erstes hier. Dann versuchen wir es doch als erstes hier. Well. Okay. Amen. Okay. Okay. Aber hier war ich schon mal oben, oder? Ah, aber dann kam ich nicht weiter, scheinbar. Okay. Okay, mehr ist hier nicht. Ja, da oben... Oh, da ist auch noch eine Lebenszelle. Hier ist ja alles möglich hier am... 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 am Bienen. Okay, warte mal. Ähm... Feuer. Ich bin so ein Trottel. Okay, da muss ich von der anderen Seite hin, oder was? Okay, von der Seite aus geht hier ja gar nichts. Das kriege ich auch selber gar nicht kaputt, ne? Okay. Aber von hier unten so ein Viech mit hochnehmen muss ich, glaube ich, nicht. Das wäre crazy. Nein, das wird von der anderen Seite gehen. Ich mach mir da jetzt mal keinen Kopf, dass... ich glaube, das geht von der anderen Seite. Okay, dann... Ich hätte aber schwören können, dass wir da schon mal überall drin waren. Okay, dann müssen wir jetzt mal hier rein versuchen zu kommen, in die Lücke da. Da muss ich mich wohl irren, geht ja nicht anders. Hä? Jetzt muss ich hier nochmal kämpfen? Wollt ihr mich foppen? Wollt ihr mich grad komplett hops nehmen? Wieso muss ich jetzt hier nochmal kämpfen? Okay. Meinetwegen? Oha, was? Was? Okay, das ist ein neuer Kampf. Und jetzt macht's hier nämlich blubber, blubber, blubber. Ach, krass. Okay. 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 Ah, und jetzt sinkt alles wieder ab. Ach, krass. Okay. Oh, gibt's sogar ne Energiezelle dafür. Äh, Lebenszelle meine ich doch. Okay. Okay. Ja, cool. Dann war das der Teil. Hä? Dann war ich da doch nicht mehr, siehste. Ich hätte gedacht, ich war da schon wieder. Alles vergessen. Haben wir den schon gemacht? Haben wir den schon gemacht? Nein? Ja, dann let's go. Keiner. Was ist unser Weg? Wir schwimmen da unten durch. Okay. 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 Wie geht was? Wie geht was? Bis da hoch? Okay. Ja, dann zeig mir mal den Weg, kleiner Geist. 26 Sekunden nur. Ach, das ist der Weg mit den 3 Millionen Blasen. Die muss man sehr strategisch nehmen. Hat gut funktioniert. Ach, du Schande. Da geht's jetzt. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ach du Schande. Da gibt's bestimmt einen schnelleren Weg. Lol. Okay. Okay? Milwaukee Bings Nein! F! Ich muss ihm doch folgen, um zu gucken, welchen Weg er nimmt. Er kommt bestimmt... Ja, er kommt nämlich so hoch. Okay, alles klar. Ja, okay, dann ist der Rest aber klar. Dann hier, dann hier, dann hier hoch und dann darüber. Okay, alles klar. Gut, dann ist der Abschnitt mit den Blubberblasen der Schwierigste, um die vernünftig zu nehmen. Falsche Taste. Da wollte ich hin. Okay, let's go. Nice. Yes, yes, yes. Wir sind vorne, wir sind vorne. Nein, ich hab den... Oh, ich hab den verfehlt. Okay, das ist ja easy. Das schaffen wir easy. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Sollten wir gleich haben. Ähm, Wust. Sollten wir gleich haben. Sagt er jetzt wieder und versagt dann wieder gnadenlos. Nein. Oh, die zu verfehlen ist so bitter. Ja, aber das ist dann der... Ja, genau so. Also, okay. Den Teil, den ich gerade versaut habe, wo ich vorne war, das war ärgerlich. Alles andere ist machbar. Alles machbar. So, let's go. Nice. Easy. Very easy. Sehr, sehr schön. Okay. Prima. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Bestenliste. Was zeigt es mir eigentlich so an? Ah ja, Platz, eine Million, noch was. Cool. Wieso eigentlich Zeit? 58? Das stimmt doch gar nicht. Ich war doch irgendwas mit 28. Hä, was sind das für Zeitangaben? Hä, das ist... Das ist schon eine 58, oder? Bin ich jetzt blind? Hatte ich nicht auch was mit 24? Oder sind das so Gesamtzeiten? Ach, keine Ahnung. Ich verstehe jetzt... Ich glaube, ich verstehe die Bestenliste nicht. Hä, Zeit 58? Ach, ja, komm, ist egal. Da stimmt irgendwas nicht. Ist ja eh wurscht. Ähm... Das wollten wir uns holen ursprünglich. Und so wie es aussieht, müssen wir da aber genau diesen Weg gehen. Ja. Ja, genau. Wir müssen sowieso diesen Weg wieder gehen. Okay, cool. Ja, dann kennen wir den Weg jetzt ja schon. Achso. Ach, hier sind jetzt deutlich weniger solche Blubberblasen. Ah, ja. Ja, nee, ist klar. Ah, das war der Weg. Scheiße. Das war das, wo ich ursprünglich nicht wusste, wo ich eigentlich hin muss. Wo es nicht weiter ging. Bis wir dann rausgefunden haben, wo es weiter ging. Ja, ja, so war das damals. Und jetzt geht es hier rüber. Oder auch nicht. Ich hatte schon Bedenken, ich bin wieder in irgendwas reingeglitscht, ne? Ach, hier war der Baum. Okay. Gut, soweit muss ich auch gewesen sein. Und dann hier hoch. Das habe ich scheinbar nicht gemacht. Äh. Ja, hier war ich nicht oben. Cool. Dann sind wir jetzt hier oben. Hallo. Das hat gut funktioniert. Yes. So, dann ist der schon mal kaputt. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt eigentlich mit den Dingern aufgemacht habe. Ah, die sind auch scheinbar wieder aus... Nicht mehr ausgelöst. Ja, und jetzt? Aber wahrscheinlich muss ich da schneller sein, oder? Jetzt hat sich auch was ausgelöst. Ah, ja. Jetzt geht hier das Ding auf. Ah, ja, so komme ich zurück. Das ist das, wo ich vorhin war, ne? Ja, das ist das, wo ich vorhin oben war. Aber ich will ja hier hin. Äh. Ach, dann war das für den Rückweg, was ich gerade aufgemacht habe. Ah, hier muss ich hin. Okay, alles klar. Sehr schön. Dann war das alles hier oben jetzt aber, ja? Okay, cool. Sehr gut. So. Was haben wir jetzt hier noch? Also eingezeichnet ist jetzt hier nichts mehr. Hier steht zwar 84% dort, aber eingezeichnet ist hier nichts mehr. Ne, wirklich nicht. Okay, wo war die nächste Zelle? Warte mal, Filter, Sammelgegenstände. Jetzt. Dann sehe ich sie vielleicht eher. Hier. Da komme ich aber am schnellsten auch noch von hier aus hin, oder? Ah, ist zwar ein Weg, aber ich meine... Ich sehe jetzt keinen schnelleren Teleporter, der mich da hinbringt. Ja. Ja, ne, hilft nix. Okay, wir müssen zum Windrad zurück. Na, let's go. Das ist wieder die Möglichkeit für das Spiel, jetzt nicht schnell genug zu laden. Und mich wieder in die Wand zu backen. Danke, Blase. Danke. Danke. Okay, wir gehen unten rum, ist ja schon gut. Wir gehen unten rum, ist ja unten rum. Mein Gott. Oh, hier war ich noch gar nicht. Wo bin ich denn jetzt? Oder ist das nur ein anderer Weg? Oh, ich bin schon... Ich bin schon erfolgreich dran vorbei, aber wir haben jetzt hier einen Weg aufgemacht, den ich vorhin noch gar nicht offen hatte. Sie ist da auch interessant. Okay. Aber da war ich tatsächlich zu weit. Hier war das, oder? Ach, lol. Ach, schau mal ein, dann guck. So findet man diese Dinger. Nice. Okay. Gut, dann ist der Nächste hier. Hier. Da kann ich mich jetzt aber wirklich hier importen. Ähm, bin ich echt gold richtig? Ja, gold richtig. Ich nehme an, das ist von da oben. Ah, ne, hier, von hier wahrscheinlich. Weil das ist so grau noch. Achso, und weil wir gerade wieder am Geld sammeln sind, wartet mal, könnte ich ein paar Dinge umstellen. Ja, ich nehme den Dorn mal raus. Und die Lichternte rein. Richtig, genau, weil dann kriegen wir mehr Geld pro Gegner. Ich muss unten landen, richtig? Ja. Oh, ist schon tot. So schnell geht's. Finde ich jetzt richtig? Ne, weiter unten. Ah, hier. Ja, da bin ich nie rein, scheinbar. Da ist nämlich auch ein Wettrennen. Ja, moin. Wo führst du denn hin? Ah, okay. Aber das hat jetzt nicht, äh, mir das andere Ding gebracht. Das hat mir jetzt nicht dieses Ding gebracht. Okay, der Start ist scheinbar hier. Hä, es ist einfach nur da gerade durch. Okay. Aber wie komme ich an dich ran? Dann doch von oben wahrscheinlich. Dann wohl doch von oben. Na boi. Ja, boi. Ja, boi. nicht da rein noch höher dann war hier wahrscheinlich wasser wo ich noch nie reingekommen bin hier ist wasser aber ich komme hier nicht wo sitzt der geheim weg hier man kann ja einfach runter das habe ich nicht gesehen okay das sieht man aber auch glaube ich jetzt nur weil wir dieses ja das sieht man auch nur weil wir dieses geheim ding haben das hier ja okay da hätte ich schon von anfang an hin gekonnt rein theoretisch aber das habe ich natürlich nicht gesehen aber krass okay dann fehlt aber von den tinten rohren jetzt vermutlich nur noch dieses ding hier dann machen wir das doch schnell noch ja komm abflug dann machen wir das doch schnell noch und selbst wenn das nicht alles ist was fehlt fehlt nicht mehr viel ja hier ist der start okay let's go also alles was dann passiert ist doch wir fahren geradeaus wieso denn hier runter ich muss jetzt unten was und dann da hoch ist da dann jetzt dicht oder was dass man da nicht längst darf ich habe mich schon gewundert warum der weg zu einfach sein soll okay aber das ist dann der weg okay das ist doch eigentlich ganz machbar aus jetzt muss ich aber mal testen was passiert war mit dem anderen weg aber wird wahrscheinlich zurückgesetzt die haben ja die möglichkeit einzustellen dass du zurück gesetzt dass wenn du dir die strecke verlässt so zu sagen das jetzt das jetzt heißt hier es kommt keine warnung ah ja moin okay verstanden die haben einfach steine hingebaut frech oder so schlecht einfach mein gott hallo da muss ich in guten wegen mir da unten überlegen das war nicht was ich wollte da ist schon eher nein man ah okay Okay. Am Ende nicht mehr choken, dann schaffen wir das. Am Ende nicht mehr choken, dann schaffen wir das. Lol. Mann, häng dich doch nicht überall hin. Okay, jetzt ist ich schon im Ziel. Ach Gott, ach Gott. Schwierige Momente. Ich bin schon vorne. Alter, wo hängt sie sich denn da immer ran, ey? Okay. Ja. Ah, das ist kritisch. Ah, das ist kritisch. Mann. Alter. Ach, das nervt mich so, dass man das nicht kontrollieren kann. Sehr gut. Oh mein Gott, clean. Kein Choke. Nein. Ich bin da oben hängen geblieben. Oh mein Gott. Ah, ich darf da oben nicht hängen bleiben. Ich hab gechoked. Ah, okay. Hä? Hä? Hier wollte ich nicht rein, aber ist okay. Okay. Häng dich doch nicht an jede Scheißwand. Nur an die, an die du dich hängen sollst. Nein. Ah, verdammt. Okay, aber das wär gut. Das war ein guter Start. Äh, Versuch. Am Ende muss ich noch ein bisschen aufpassen. Aber wir haben für die mittelsten ganz guten Weg gefunden. Ja, genau, genau das war der gute Weg. Perfekt. Jetzt hängst du da wieder dran. Ich krieg zu viel. 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 Hat es gereicht? Gerade nicht, ne? Aha. Gerade nicht. Oh mein Gott, das war super. Oh mein Gott, das war großartig. Wenn ich jetzt nicht joke, haben wir es locker. Okay, ich joke nicht. Oh mein Gott, das war ja easy. Easy. So, 26, 25 sagt's jetzt. Und wenn ich jetzt hier meine Zeit anzeigen lasse... Dann steht da 29, 16. Hä? Hä? Was für 29, 16? Ja, Hauptsache Kevin ist hier auch am Start. Gut. Okay, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ähm. Gut. Haben wir jetzt hier 100%? Ne, 96. Ah, verdammt. Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt hier noch. Aber viel kann's nicht sein. Aber irgendwo muss noch irgendwas versteckt sein. Ja, das ist halt ganz schwer zu sehen anhand der Karte. Es ist auf jeden Fall kein Symbol mehr eingezeichnet. Müsste man das jetzt wirklich alles einzeln suchen? Das ist... Weiß ich jetzt nicht, ob ich das will. Ich lauf doch hier nicht nochmal alles Stück für Stück ab. Das ist doch Schwachsinn. Ah, ne. Ähm... Gut. Was wir dann auf jeden Fall nächstes Mal als erstes machen, ist, wir... Wait. Hier ist gar keine Questmarker mehr für die Uhrlichter. Das ist jetzt alles hier oben nur noch. Das ist jetzt nur noch hier oben. Wir müssen jetzt hier hin. Okay. Ja, Leute, dann gehen wir das nächste Mal dahin und schließen vielleicht das Spiel erstmal ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.